Im chinesischen Fernsehen sind Datingshows bei den Zuschauern sehr beliebt. Doch jetzt sehen sich die Produzenten mit immer strengerer Zensur konfrontiert. Einige Zuschauer finden die weichgespülten Sendungen jetzt weniger unterhaltsam. Partnervermittlungsshows wie Bist du der eine feiern im chinesischen Fernsehen große Erfolge. In der Show entscheidet eine Jury von 24 Singlefrauen, ob ein Mann ein begehrenswerter Junggeselle ist. Die Show erzielt zur besten Sendezeit hohe Einschaltquoten. Aber Chinas staatliche Behörde für Radio, Film und Fernsehen legt Unterhaltungsshows immer strengere Medienregulierungen auf. Vor kurzem wurden unechte Teilnehmer, die nur ins Rampenlicht wollen, moralisch provokative Moderatoren sowie sexuelle Andeutungen in allen Unterhaltungsshows verboten. Einige Zuschauer sind von der Verwässerung der Show enttäuscht. Unterhaltung ist ein Teil des Lebens. Die Regierung sollte nicht zu viele Beschränkungen auferlegen. Ehrlich gesagt ist die Show nicht mehr so witzig und amüsant. Die Behörde nahm bereits die beliebte Talentshow Supergirl, die chinesische Version von American Idol, für ein Jahr aus dem Programm. Die Regierung sollte nicht mehr so witzig und amüsant.